Ihre Position als Professor und Rektor haben Sie dann aufgegeben, bald nach der Wiedervereinigung. Warum? Ich habe eine Zeit lang versucht, die Hochschule zu reformieren, was in allererster Linie bedeutete, dass man die eigene Vergangenheit angucken musste. Hinzu kam eine sehr interessante und merkwürdige Situation. Es gab die DDR nicht mehr und es gab das Land Sachsen noch nicht. Es war quasi fast ein rechtsfreier Raum, so ein halbes Jahr lang. In dieser Zeit habe ich zusammen mit dem damaligen Präsidenten der Hochschule der Künste Berlin-West, Ulrich Rohloff-Mormin, eine Art Hochschulverfassung entworfen. Der hatte das Interesse, was ich sehr legitim und angenehm empfand, dass da jemand mit eigenem Interesse kam. Der hatte das Interesse, eine Gesetzesnovellierung deutschlandweit durchzusetzen, indem man irgendwo ein Beispiel platziert. Ich hatte das Interesse, mit der Schule diesen sogenannten rechtsfreien Raum zu nutzen. Und dann haben wir eine Übergangsverfassung entwickelt und dann auch durch den Senat absegnen lassen, die wahrscheinlich das fortschrittlichste ist, was es bisher an deutschen Hochschulen gegeben hat. Das wurde dann sehr schnell rückgängig gemacht, als die entsprechenden Regierungsgremien wieder da waren. Ja, und dann wollte ich diese jüngere Vergangenheit der Hochschule untersuchen. Und ich merkte aber, dass ich in eine Situation kam, wo die Angestellten der Hochschule verständlicherweise um ihre Existenz fürchteten. Die Evaluierungskommissionen gingen durch. Es wurde biografisch abgefragt, Staatssicherheit und so weiter, Mitgliedschaft. Und das heißt, niemand war interessiert daran, da sonderlich viel rumzugraben. Und ich stand damit ziemlich alleine da. Ich ging nach Amsterdam und gründete zusammen mit anderen Hochschulen die Europäische Liga der Kunsthochschulen, währenddessen zu Hause alle irgendwie zu mir auf Distanz gingen. Das war der eine Grund. Der andere Grund war, dass die Künstlerschaft Dresdens Sturm lief gegen die Hochschule unter dem Motto, es müssten jetzt Dresdner Leute Professoren werden mehr, während ich eher eine mehr internationale Situation im Lehrkörper schaffen wollte. Und ich hatte dann wirklich so viel Gegenwind. Also ich war isoliert in der Stadt und dann wollte ich auch dieser hierarchischen Pyramide Hochschule die Spitze wegnehmen, um einfach eine Instabilität zu erzeugen, in der diese Hochschule anfangen müsste zu arbeiten. Und ich hatte immer das Credo gehabt, also du darfst nicht abhängig von so einem Job sein, du musst als Künstler irgendwie stehen. Zwar habe ich nicht gewusst, was dann wirklich auf mich zukommt, sonst hätte ich mir das dreimal überlegt, aber ich habe es dann einfach mal in diesem Heroismus gemacht und ja, so von heute aus gesehen war es das Richtige, denke ich. Vielen Dank. Vielen Dank.